Letzte Folge haben wir die Premier League Tots Weekend League abgeschlossen, immerhin 14 Siege geschafft und daraus dann einen roten Alisson und einen roten Nkunku rausgeholt. Das 3-Tots-Pack war nicht ganz so gut, aber in der Folge wird es nochmal richtig knallen. Und damit herzlich willkommen zu Tag Nummer 18 bis 20 und damit geht es weiter mit unserer Pack to Glory. Ich bin richtig hyped und ich habe euch gerade schon gesagt, heute wird es nochmal ordentlich knallen. Wieso und warum? Wir ziehen heute 11 Team of the Season Karten in dieser Folge. Viel mehr möchte ich noch gar nicht verraten und da sind nicht mal die garantierten Tots irgendwie drin. Aber alles Step by Step, denn wir haben heute eine Menge vor. Es gab ja auch einen neuen Icon Pick, den hatte ich ja schon in der letzten Folge zum Ende hin angekündigt, dass wir den natürlich auch machen. Also jede, jede, jede Menge zu tun. Erstmal habe ich natürlich von den letzten Tagen wie immer die 7x480 Plus mitgenommen. Ihr habt es gesehen, wir hatten ja noch Hanko und Marquinhos im letzten Pack der letzten Folge gezogen. Die konnte ich noch zumindest schon mal in den ersten 90er, also in das erste Team reintun vom 90 plus Icon Pick. Wir müssen ja unbedingt Icons kriegen, einfach damit wir unsere Chemie im Team verbessern, damit wir die ganzen Karten einbauen. Und weil wir auch in Zukunft, jetzt startet ja am Freitag das Bundesliga-Tots, in Zukunft dann auch vielleicht mal zwei oder drei Ligen nochmal mehr einbauen müssen. Das ist so das aktuelle Team. Das habe ich euch ja nochmal gezeigt, wie es jetzt gerade aussieht. Mit White, mit Nkunku, mit Wobben, mit Stanway, mit Bühl. Aber das ist auf jeden Fall noch abzugraden und ja, das war dann auch natürlich das Ziel oder das ist das Ziel der heutigen Folge. Ich habe dann wie immer die Tagesanmeldung gemacht. Ich habe ja auch noch auf meinem zweiten oder auf meinem Main-Account eigentlich die WL gespielt. Das heißt, so ein Tag, wenn ich dann da die WL zocke, mache ich hier einfach immer nur kurz die ganzen, ja, ich sage mal, Tagesanmeldung, Tagesspiele, die Daily-SBCs und halt so die paar 7x4 nachts Plus, die ich dann immer wieder aufspare. Es gibt immer so Tage, wo ich dann ein bisschen mehr spiele, Tage, wo ich ein bisschen weniger spiele. Genau deswegen fasse ich ja auch, wie immer, die Folgen dann zusammen. Deswegen wundert euch nicht, wenn dann vielleicht, ja, es einen Sprung gibt und dann hole ich schon wieder die Tagesziele ab. Das liegt dann einfach daran, weil ich an dem Tag dann sonst nicht so viel gemacht habe, aus bekannten Gründen. Ja, ich konnte zumindest schon mal das zweite Team abschließen und habe hier den ersten Totz gezogen, ja, in der heutigen Folge. Nummer 13 war sogar ein Doppeltotz aus einem 5x80 Plus. Da hatten wir Luka Modric. Ich dachte erst, hm, kroatischer Totz, wer ist es denn überhaupt? Irgendwie fiel keiner ein. Und dahinter war natürlich leider nur Kucu Hernandez. Die Totz-Karte, die ich bisher am häufigsten gezogen habe, ich glaube jetzt zum insgesamt dritten Mal, gebe ich auch immer wieder ab, weil ich den einfach überhaupt nicht verlinken kann. Obwohl der ja Kolumbianer ist und zu unserer roten Santos-Link, die übrigens eigentlich auch noch ein Upgrade kriegen sollte. Aber EA lässt sich ja irgendwie wahnsinnig viel... Warte, 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 ne, warte, Moment. Gerade sehe ich hier, auf meinem Bildschirm, die haben gerade die Upgrades bekommen. Jetzt, tschüss, in diesem Augenblick, vor so, vor so paar Minuten. Also ich nehme es hier gerade am Donnerstagvormittag für euch auf. Und jetzt haben sie endlich mal ihr Upgrade bekommen. Also Havertz ist beispielsweise auf einer 94, hat jetzt 96 Pace. Sieht komplett krank aus. Und ja, gut, also hat dann Santos. Das ist jetzt nicht mehr in der Folge drin, aber sollte dann hier auch ein Upgrade haben. Deswegen wundert euch nicht, falls dann vielleicht die eine oder andere Karte noch nicht hundertprozentig perfekt auf ihrem Rating sind. Da kriegen wir, wie gesagt, erstmal noch ein paar Upgrades, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, dann konnte ich natürlich wie immer auch die 85-Plus-Picks machen. Von denen bin ich ehrlicherweise kein Fan. Ich fände die 7x48-Plus ganz okay. Man muss halt immer wieder in Inform abgeben. Die Problematik ist ja bekannt, dass man immer wieder noch Inform-Picks machen muss. Da tut man dann meistens so ein 88er rein und man kriegt dann vielleicht irgendwie ein 88er wieder raus. Also manchmal ist es auch so ein Plus-Minus-Null-Spielchen. Hier habe ich jetzt zumindest nochmal in Ruben Dias bekommen. Die 85-Plus-Picks sind halt nice, um einfach diese ganzen 84er, die man daraus zieht, wieder zu recyceln. Dafür sind sie halt top, so ja. Aber richtig viele Tots-Karten habe ich da bisher nicht rausgesehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir hier dann endlich mal einen hatten. Und natürlich war es dann wieder Kutschänderndes. Aber ich dachte mir schon, das könnte ein Doppeltot sein. Und das war dann sogar auch ein Doppeltot. Also Tots 14 und 15. Kutschuh können wir tatsächlich überhaupt nicht gebrauchen. Aber dahinter war McAllister. Also der erste Premier League Tots, den wir heute ziehen. Richtig cool, denn den habe ich nicht in Rot genommen. Ich musste kurz überlegen. Ich habe den nämlich in Rot genommen auf meinem Main-Account. Ob ich den hier in Rot habe, ihr seht das gleich. Ich habe euch das extra mal mit drin gelassen. Dass ich jetzt hier ganz kurz schaue, ey, hatte ich McAllister in Rot. Aber natürlich, ich hatte Nkunku und White hier. Und deswegen können wir McAllister auch wirklich gut gebrauchen. Mit Argentinien bräuchten wir eigentlich auf Dauer als Rechtsverteidiger Molina. Denn der wäre Argentinier und Atletico Link für Santos, die ich einfach auch sehr gerne einbaue. Sehr gerne spiele, weil sie natürlich 5 Sterne, 5 Sterne hat und unsere rote Karte ist. Die roten Karten baue ich vielleicht immer noch mal ein bisschen mehr ein. Dann konnte ich das letzte Team abschließen. 90 plus Zugabe, Icon Pick. Also, ja, ich kann Thunderstruck ziehen, Team of the Years ziehen, ich kann Winter World Cuts leider ziehen und Future Star Icon. Also kein Foot Birthday oder keine Golasso Icons. Das ist ein bisschen schade so. Aber, ja, ich habe den natürlich nicht einfach nur so ein bisschen standardmäßig aufgemacht. Sondern ich habe mir den Clash of Clans Erling Haarland geschnappt. Es gibt also jetzt ein Clash of Clans Erling und ich fand das Bild so witzig, so gut, so gut gelungen, dass ich mir dachte, komm, wir machen mal einen kleinen Step reveal. Im ersten hatten wir zumindest schon mal 85 Ausdauer. Ist so weit in Ordnung, aber da wusste ich auch schon, wird kein ganz krasser sein. Ich brauche ja vor allem defensive Spieler. 45 Defensive, komplett schwierig. 93 Dribbling, 90 passen. Sah zumindest in Ordnung aus. 99 Freistungsprezision, könnte schon auf so einen ruhenden Ball drauf hinweisen. Denn das ist auf jeden Fall brutal und es war eine Team of the Year Icon und zwar Zola. Hat 4 Sterne, 4 Sterne. Ist so weit in Ordnung, aber wir brauchen Abwehrspieler. Ja, deswegen Erling wieder draufgelegt und den nächsten angeguckt. Hier hatte ich dann zumindest mal 87 Ausdauer, aber auch hier leider wieder nur 40 Verteidigung. Also auch das nicht wirklich, was mir auf Dauer weiterbringt. Denn ich habe so viele gute Angreifer schon mittlerweile und ich ärgere mich immer noch, dass wir im allerersten Pick nicht Petit genommen haben zu dem Zeitpunkt. Weil der hätte mir so viel weitergeholfen, weil der so viele Positionen kann. Der kann auch dann mal ZDM, der kann IV, der kann LV, der kann nicht überall spielen kann. Xavi kann nur ZDM und das ist eine Katastrophe. Und naja, die letzten Icon-Picks mit Smith und so weiter liefen ja tatsächlich auch gar nicht so gut. Im letzten Pick hatten wir dann nochmal eine richtige Legende und zwar Raul. Mal wieder eine spanische Icon. Haben wir ja schon die ein oder andere gesehen und gehabt. Ich habe dann überlegt, Zola hat ein Finesse, Raul hat ein Finesse. Raul natürlich Schalke-Legende und höchste Bewertung. Zola hat zwei goldene Places. Gäste ist glaube ich Ingram auch ein Stück besser. Aber weil Raul natürlich Schalke ist und die Fünf-Week-Foot, habe ich mich dann, das seht ihr gleich, für den entschieden. Figo hätte halt noch ZDM gekonnt. Also wenn Zola ZDM gekonnt hätte, hätte ich auch Zola genommen. Einfach weil ich brauche viel mehr Möglichkeiten von. Ich muss das Team gefühlt nach jedem guten Pack-Pull immer wieder umbauen. Dann kommen immer wieder andere Spieler zum Forscher, weil ich kann ja nichts mit da zukaufen. Thema ist euch ja bekannt bei der Serie. Und von daher, auch da wieder einfach nur einer, der Sturm und MS kann. Es ist zumindest ein Spanier, ja, vielleicht kann ich da ein bisschen was machen, aber Hand aufs Herz. Es war eigentlich ein kompletter Schuss in den Ofen, auch wenn Raul natürlich cool ist. Aber ja, ich sage es euch so wie es ist. Ich habe darauf, also damit war ich nicht zufrieden, das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und ich dachte mir, komm, wir ackern uns richtig einen ab und versuchen den zweiten 90-plus-Eiger-Pick direkt auch noch. Das Gute ist, zum jetzigen Zeitpunkt wird der sogar, also am Mittwochabend nochmal re-released. Das heißt, ich könnte den sogar theoretisch nochmal machen. Aber, wie gesagt, da muss ich jetzt erstmal natürlich wieder ein bisschen SBC-Futter sammeln. Und damit ging es dann auch weiter mit den nächsten 7x84-Plus-Packs und so weiter. Und sofort konnte dann hier durch doppelte Oberdorf, schau mal wieder, immer ein bisschen was nachkaufen. Donnarumma, 7x80er. Guck dir das, Mann, die kosten 7000 Münzen. Das ist ja wirklich absolut gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das ist komplett crazy, was EA da veranstaltet mit den High-Rated-Karten. Also sowas habe ich, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir mal ein Jahr hatten, wo zum TOTS die ganzen High-Rated-Karten so unfassbar billig waren. Also, komplett crazy. Und dann kann ich natürlich, ich meine, das hat den Vorteil, dass ich immer mal wieder was nachkaufen kann. Das hat aber natürlich auch den Nachteil, dass du einfach kaum Coins generierst. Wenn du mal so ein 100k-Pack ziehst, dann ist das im Prinzip ja eigentlich ganz geil, wenn du mal einen Walker drin hattest. Dann habe ich das 83-Plus-Pravity-Pack aufgemacht und hatte hier tatsächlich auch wieder einen Team of the Season drin. Nummer 16. Leider einen Doppeltag kann man so sehen, denn ich habe Ben White ja schon in Rot. Das wisst ihr ja. Und da waren dann auch bei mir keine Verwirrung. Da wusste ich dann natürlich alles klar, Ben White ist doppelt. Ist halt ganz gut für den Icon-Pick. Bisschen Bewertung nehmen wir mit. Und ja, die 83-Plus-Premier-League-Totz-Packs, also diese 83x7-Upgrade-Packs, die kosten zwei 85er-Teams richtig viel. Aber ich dachte mir, komm, nehmen wir trotzdem mit. Und hat sich hier zumindest mit dem Totz belohnt. Apropos Totz, der 17. stand direkt auch wieder vor der Tür. Das war allerdings 3er, also auch eine Karte, wo wir mit der Pacto-Gloria einfach nichts anfangen können. Der ist schon schwierig genug. Also da würde ich mir schon schwer tun, den überhaupt mit meinem Main-Account einzubauen. Man kann den natürlich mit Schweichel und Lautrup, wäre ja direkt full. Theoretisch, das könnte man machen. Handeln echt hat so die ein oder andere Karte. Belgisch, hier gab es ja auch Aldevarerleit, der spielt auch bei einem anderen Verein. Habe ich natürlich alles nicht. 3er im Prinzip cool, aber ist einfach gefühlt unmöglich, dann auch wirklich einzubauen. Und das ist halt, ja, deswegen tun wir den auch zeitnah natürlich in eine SPC-Reinwahl. Was sollen wir großartig mit dem? Das letzte 7er-Finance-Plus, zumindest für den ersten Teil hier, das war, ja, das war in Ordnung. Das war praktisch die, die ich aufgespart habe, auch über das Wochenende. Und jetzt geht es so langsam wieder rein in die Aktualität, formulieren wir es mal so. 17 Tots haben wir ja schon mittlerweile, aber ich sage es euch, und das kündige ich hier auch nochmal an, es wird noch richtig knallen zum Ende. Also, es lohnt sich dran zu werden. Bisher hatten wir halt nur so ein paar Abschluss-Tots, McAllister, mein Gott, dafür, dafür machen wir nicht die ganzen Packs und grinden komplett rein, sondern wir können heute wirklich unser Team so richtig geil upgraden. Ja, 84 hatte ich dann wie immer mal wieder ein bisschen doppelt, konnte dann hier das 85er-Team machen von dem nächsten 7x83-Plus-Pack. Also, die habe ich auf meinem Main-Account, habe ich die mal ausgelassen, dafür waren sie mir zu teuer. Hier bei der Pack-Dollar machen wir ja keine Spieler-SBCs. Und dann mache ich natürlich alles, was Packs irgendwie, also, ne, jedes Pack, was irgendwie da ist, was ich irgendwie machen kann preislich. Und auch wenn 285-Teams natürlich sehr viel und sehr teuer und sehr aufwendig ist für 7 83er-Karten, dachte ich mir, komm, vielleicht lohnt es sich ja. Und ja, um dann immer wieder ein bisschen aufzufüllen, habe ich nochmal vor allem ein bisschen leer gemacht, konnte hier nochmal immerhin 15 Picks, aber die Picks, ich bin kein Pick-Fan, ich werde auch, glaube ich, kein Pick-Fan mehr werden. Ich sage euch, dass jede Folge, es gibt ja jetzt sogar 81-Plus-Picks, nicht 80-Plus-Picks. Die letzten 10 Wochen war genau dasselbe und es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Aber, naja, wir müssen nehmen, was da ist und es ist zumindest dann gut, um immer mal wieder so 83er, 84er zu bekommen. Aber man gibt halt auch echt viele Gold-Karten über die Zeit ab. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Pick-Fan mehr, also, viele machen ja mit diesen Tausch-Upgrades hunderte von Picks irgendwie jede Woche. Das hatte ich ja in einer der letzten Folgen auch euch so ein bisschen erklärt, wo ich das auch so ein bisschen gemacht habe. Aber ich glaube, in der vorletzten, falls ihr da nochmal reinschauen wollt, müsste dann irgendwie so Tag, Tag, 14 drumherum gewesen sein. Da habe ich die Tausch-Thematik nochmal erklärt, wie man wirklich extrem viele Picks gefühlt fast schon unendlich grinden kann. Falls ihr also nicht so viele Coins habt, guckt da gerne nochmal rein. Und, ja, dann habe ich das nächste 7.300-Plus, das zweite also fertig bekommen und wieder waren Tots drin. Also, ich kann sie tatsächlich einigermaßen empfehlen, auch wenn sie natürlich sehr teuer sind. Robertson wurde angezeigt und dahinter waren 94er Addison. Nun, ja, Alisson ist halt ein Keeper, ist eine 94 und ehrlicherweise auch hier natürlich leider doppelt gewesen. Aber gut eigentlich fürs 89er-Team von unserem Eike-Pick. Von daher habe ich den dann natürlich einfach wieder benutzt. Den hatten wir ja aus unserem 3er-Tots-Pack drin und von daher brauchte ich den dann da nicht wirklich. Ich musste da noch ein bisschen was nachkaufen. Hier in den Bruno Fernandes, also 88er-11k, ich finde das absolut wild. Also, 88er-Karten kosten 11.000 Münzen. Es gab mal eine Zeit, da waren so 85 irgendwie schon bei 11k. Und jetzt ist es komplett alles billig. Ich habe da noch die einen oder anderen Tots abgegeben, so wie hier Dreier angesprochen. Ben White, der doppelt ist. Und auch, wie heißt der, Murica, Murica oder so, der Spanier auf jeden Fall, ist einfach eine Stimme, den ich nicht mehr brauche. Und ich glaube, dass auch nicht viele weitere Tots kommen von seinem Verein, dass ihn da großartig einbauen. Wir haben mittlerweile bessere Karten, da müssen wir uns auch mal von der einen oder anderen Karte trennen. Anders geht es halt nicht, weil, ja, solche Karten werde ich nicht wirklich einbauen. Dann hatten wir zumindest nochmal die Möglichkeit, einen weiteren Pick zu machen. Wieder nächste 7x84 Plus. Also, ich glaube, wir ziehen heute alleine, ich glaube, 12 7x84 Plus Packs. Also eine richtig, richtig, richtige Menge, wo wir dann auch noch den einen oder anderen Kracher rausziehen können. Hier war zumindest eine Irene drin, aber ein Doppel-Walkout mit Harry Kane. Und das war dann für mich das Zeichen, yo, die sind teilweise mal wieder doppelt gewesen. Zumindest hier der 85er Trippier, dass ich jetzt dann meinen zweiten Icon-Pick fertig machen kann. Und der muss jetzt, da brauche ich jetzt wirklich mal einen Verteidiger. Das ist wirklich wichtig, weil wir haben bisher eigentlich nur Xavi, den wir so wirklich spielen können. Und wir haben halt Pity in der, wann war es, zweiten, dritten Folge nicht genommen. Das war wirklich dumm. Also, zweiter Icon-Pick in der Woche. Und 90 Plus ist es sowas. Da muss doch jetzt mal irgendwas bei rumkommen. Wir stehen bei 18 Tots, also das ist eigentlich gut. Aber, ähm, ja. Ne, auch hier wieder Thunderstruck, Winter Wild Cut, leider mal wieder Winter Wild Cut. Denn, ähm, wie soll ich sagen, die Winter Wild Cuts, die sind meistens nicht mehr ganz so gut. Da gibt es einfach nicht mehr so gute Karten. Wir, äh, gehen mal rein und hauen natürlich wieder den Erling Haaland, äh, hier auf unsere, auf unseren Bildschirm. In der Hoffnung, dass der uns diesmal ein bisschen mehr Glück bringt. Auch hier, 43 Defensive. Badumms, im Ersten. Das sieht nicht gut aus. Immerhin aber 95 Dribbling in den Game. 82 passen ist soweit auch, ja, in Ordnung. Aber es war dann hier Hugo Sanchez. Winter Wild Cut. Also, kein Abwehrspieler. Egal. Rein in den nächsten, vielleicht gibt es jetzt einen Abwehrspieler. 43 Defending. Nun ja, auch das, wie soll ich es formulieren, nicht so super optimal gelaufen. Ähm, denn das war auch kein Verteidiger. Aber im dritten Jahr vielleicht ein Verteidiger. 92 Dribbling, 88 Passspiel, 92 Schießen, 90 Tempo. Kelly Smith. Smith, also Linnecker, Sanchez und Kelly Smith. Muss ich dazu jedenfalls sagen, wir haben dafür so viel SBC-Futter, so viel Kram abgegeben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das einfach nur für Linnecker, der noch eine bessere Karte hat, Sanchez, der eine bessere Karte hat. Und Smith, die wieder nur Sturm und MS kann. Also eine absolute Katastrophe. Für wen hättet ihr euch da entschieden? Ich, ich, es ist eigentlich völlig egal. Also ehrlich, ich habe mich für Smith entschieden. Jetzt sind wir jetzt zwei goldene Playstyles. Und England und Premier League und Tots ist ja nicht so weit hergeholt. Deswegen, ja. Also, deswegen haben wir das so, so, so gemacht. Aber ja, hier ist so ein kleines Zwischenfazit vom Team. Raul habe ich mal versucht einzubauen. Ähm, Palma kann leider nicht ZM, das wäre natürlich richtig gut gewesen. Und so habe ich dann mal wieder ein bisschen geschaut. Mikkel Merino konnte ich wieder einbauen. Sah schon ganz gut aus, muss ich sagen. Olli Watkins da natürlich drin. Vicky Lopez habe ich hier nochmal versucht einzubauen. Jetzt hatten wir aber wieder Gold Lorente drin. Also da haben wir dann da vielleicht so einen kleinen Nachteil. Und am Ende sah es dann jetzt hier so aus. Mit 31 Schmied hatte ich dann Xavi mal wieder drin. Den wollte ich eigentlich unbedingt raushaben. McAllister haben wir zumindest eingebaut bekommen. So, es ist schon wieder ein deutliches Upgrade trotzdem. Das muss man sagen. Aber ehrlicherweise, Xavi will ich einfach auf Dauer nicht mehr drin haben. Ich spiele ihn mittlerweile wirklich ungerne. Aber ich, ich, ich brauche ihn halt einfach wegen der Icon. Ja, und, ähm, von daher ist es halt so, dann muss ich ihn halt auch einfach spielen. Dann geht es halt nicht anders. Aber naja, ich gucke mal, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich mache nicht noch einen Icon-Pick in dieser Folge. Aber ich könnte, wie gesagt, theoretisch halt nochmal welche machen. Was sagt ihr? Sollen wir nochmal unbedingt rein? Ich denke schon, wir, wir müssen einfach die eine oder andere bessere Icon ziehen. Das muss jetzt gar nicht so eine Full-Meter-Icon sein, aber es reicht schon, wenn es mal so ein Desai oder sowas wäre. Also einfach einen, den man halt vernünftig zocken kann. Selbst wenn es ein Laudrup ist als Afer oder ein Keeper, selbst das würde ich mitnehmen. Aber naja, rein geht es mal wieder in die Packs und mal wieder zu den Tots. Ich habe euch ja noch ein bisschen was versprochen. Hier war ein Robert Lewandowski, 90er-Rating drin. Und dahinter ein Tots, den wir richtig, richtig, richtig gut gebrauchen können. Fernando Muslera. Zur Erinnerung, Zaha haben wir ja mit als zweiten Tots überhaupt, hatten wir Zaha drin. Jetzt gab es einen weiteren Galatot. Und ja, den zu kriegen ist auf jeden Fall sehr wichtig, denn der geht ja jetzt bald out of Packs. Und von daher war ich sehr happy. Also mein Ziel diese Woche war ja, Muslera und Dest. Und einen davon haben wir jetzt schon mal abgehakt. Auch wenn Dest vielleicht, kann man argumentieren, vielleicht wichtiger wäre. Wobei, weiß ich gar nicht. Ich kriege halt jetzt bald auch noch Teser im Season Pass. Ganz so weit bin ich noch nicht. Aber trotzdem, Fernando Muslera als Keeper schon mal sehr, sehr geil. Und jetzt bräuchte ich vielleicht einen, ja, Hero aus der türkischen Liga oder so. Keine Ahnung, ob ich da, also, ob ich da vielleicht mit dem Hero noch mal ein bisschen was machen könnte. Oder halt einen Spieler aus der Elfenbeinküste und aus Uruguay. Wenn ich das so überlege, gibt es da vielleicht so Tots-Karten, die da kommen könnten? Ich weiß gar nicht, so Elfenbeinküste, Tots? Weiß nicht. Früher hatte man Fofana, hatte man Tots aus der Liga. Ansonsten Uruguay, glaube ich, auch, weil Werder wird natürlich einen kriegen, vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bin mir gar nicht so sicher, ob der einen kriegen wird. Also auch das müssen wir dann einfach mal ein bisschen abwarten, ob wir da die überhaupt auf Dauer einbauen können. 20. Tots hatten wir dann aber auch wieder. Und natürlich, Columbus Crew 96, Zarcocho Hernandez, da haben wir den. Der ist wirklich Dauergast bei uns in der heutigen Folge. Der Mann ist wirklich Dauergast. Aber kleines Jubiläum konnten wir feiern. Wie gesagt, 20. Tots, so gesehen. Also, hat doch was Tolles, hat doch was Positives. Pinks habt ihr gerade auch wieder gesehen, waren wieder absoluter Müll. Aber damit konnte ich dann hier ein paar Public Upgrade Packs machen. Denn die kamen zu dem Zeitpunkt raus und da konnte ich so sechs Stück machen. Und im Zweiten hatten wir direkt den nächsten Tots-Spieler. Auch da wieder nur ein bisschen Müll mit Wobbenmoy. Die ist auch doppelt, mit der haben wir auch schon eine Welle gespielt. Möchte ich eigentlich unbedingt aus dem Team schmeißen auf Dauer. Die könnte ich halt vielleicht nochmal ingame einwechseln auf die Sechs für Xavi oder so. Also, ja, war halt ein bisschen high-rated. Hab mich drüber gefreut, weil so viele Premier League Packs hatten wir ja tatsächlich nicht. Aber ich konnte dann wieder Wobbenmoy und natürlich Kutro Hernandez. Dann ist klar, der kommt immer in der SBC, wenn möglich, in das garantierte Premier League Tots Upgrade Pack reintun. Und ihr habt es auch gesehen, ich habe auch die Tagesspiele fertig bekommen. Und damit dann auch tatsächlich noch einen weiteren Tots Pack. Aber die gibt es dann gleich. Dann habe ich das nächste Pack geöffnet. Hier war dann Keating drin. Also, der Tag lief unfassbar gut. Also, dieser eine Tag, das war jetzt praktisch dann Tag Nummer 20. Da haben wir dann jetzt hier Keating drin gehabt. Auch hier also aus dem dritten ungefähr von sieben von diesen Upgrade Packs die nächste Tots Karte. Und das war eine sehr, 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 sehr gute Quote. So gut die Quote, dass ich auf jeden Fall nochmal 100 gemacht habe auf meinem Main Account von diesen Packs. Und auch richtig viele Tots drin hatte. Dazu kommt auch heute Abend nochmal ein Video online. Also, wenn ihr es seht, am Donnerstagabend, wenn, ist es auch schon online, wenn ihr ein bisschen später reinschaut. Nur damit ihr Bescheid wisst, da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen, was ich da vielleicht Gutes oder auch nicht so Gutes gezogen habe. Denn da gibt es dann nochmal ein paar mehr. Da konnte ich einfach mehr Münzen reinknallen. Hier haben wir ja nicht so viel. Hier sind wir ein bisschen limitiert noch in Sachen Spielern und in Sachen Münzen, dass wir da nicht einfach 100 von diesen Packs machen können. Da müssen wir mal ein tauschbares Tots Pack kriegen und dann vielleicht einen Florian Wirts sehen unter der Woche. So, aber Freunde, ich habe euch noch einen Kracher versprochen. Im letzten Premier League Upgrade, Australien-Stürmer Chelsea, Samantha Kea, so wie ihre Team-of-the-Year-Karte. 5 Sterne Weakfoot, 3 Playstyles, 96 Schießen, 96 Dribbling, 5 Sterne Weakfoot und jetzt kommt das Allerbeste. Sie passt zu unserem roten Nkunku und das ist ja wohl absolut insane. Wir haben endlich, was habe ich mich darüber beschwert, endlich diese eine Top-Karte, die wir in der WL brauchen, wo wir uns einfach drauf verlassen können. Und ich bin mir sicher, sie wird absolut top sein. Sie wird richtig, 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 richtig gut sein. Ich meine, schaut euch die Werte an. Sie kostet fast 500.000 Münze, also die mit Abstand teuerste Karte. Power-Schuss-Raserei, also Gold-Raserei wird, glaube ich, richtig nice sein. Und ja, also 500k, richtig nice, dass wir die haben und endlich eine gute Stimme runden. Die können wir sogar ja auch einigermaßen gut einbauen. Vor allem, weil ich habe auch noch Terland und Estupinan. Und so kann ich aus zwei aus der Männerliga, zwei aus der Frauenliga und dann jeweils, dass die sich mit den Vereinen wieder verlinken, kann ich so ein relativ cooles Viereck bilden. Das passt mit den Nationen natürlich noch nicht so ganz, weil wir haben da zum Beispiel Ecuador drin und Norwegen drin und Australien drin. Ja, aber naja, da habe ich eine Frage. Es gibt, glaube ich, einen Kewel-Hero, Australier, aus der türkischen Liga, oder? Ich muss mal nebenbei nachschauen, denn der wäre natürlich insane, wenn wir den kriegen. Für Muslera, für dann natürlich Sam Kerr und ja, im besten Fall dann natürlich auch für Zaha. Also ich schaue mal ganz kurz, ob der Golazo-Hero, der schlechte Golazo-Hero, der 89er Kewel. Okay, wie, Freunde, wie um alles in der Welt kommen wir an ein 89er Kewel die nächsten Tage? Wahrscheinlich erstmal gar nicht, ne? Der kostet nur 24 Karn, den könnten wir uns natürlich easy kaufen, aber das ist ja leider nicht Sinn der Serie. Deswegen müssen wir da mal schauen, ob wir da vielleicht, ja, durch den Hero-Pick nochmal drankommen. Das Premier League-Todds-Upgrade können wir da auch noch machen. Das war sehr geil. Und hier nochmal den letzten 85-Plus-Pick, 23 Tots haben wir. Und davon, wie gesagt, Sam Kerr, McAllister, auf jeden Fall so die beiden Besten, die wir gebrauchen können. Der Rest war halt einfach gut, um auch unter anderem ja dieses Premier League-Todds-Upgrade-Pack nochmal hinzubekommen. Dass ich das nochmal mache. Und das letzte 7x48+, es ist, glaube ich, das letzte, konnte ich dann hier auch nochmal abschließen. Genau, so sieht es aus. Da war dann nochmal ein Bernardo-Silver drin, also keine weitere Tots-Karte, aber ich habe euch ja auch einige angekündigt und, glaube, habe auch geliefert. Aber, wenn ihr denkt, das war es jetzt schon, meine Freunde, zwei Tots-Packs haben wir ja schon. Einmal, wo jeder Tots-Spieler drin sein kann, also auch einer aus den Tots-Live-Karten. Oder, und, oder, natürlich unser garantiertes Premier League-Todds-Spieler-Pack, wo wir auch viel SPC-Voter abgeben mussten. Aber erstmal Step-by-Step, im Ersten war tatsächlich Banzer drin, den ich sonst noch gar nicht hatte. Ich habe ja sonst immer Cuccio Hernandez gezogen. Jetzt also hier mal Banzer, 1990, 90, 90. Sieht ganz nice aus, aber am Ende des Tages sind wir mal ehrlich, dem Mann werden wir nicht wirklich zocken. Und dann stand das Premier League-Team-of-the-Season-Pack an. Und im Normalfall zieht man daraus nichts. Aber wenn ich schon so aushole, dann wisst ihr schon, Freunde der Sonne, die Pack-Lack-to-Glory schlägt zu. Spanien, ZDM, Rodri, den Champions-League-Helden, den Champions-League-Sieger mit Power-Schuss, mit R1, mit Waschbär, 96er-Rating. Aus dem garantierten Premier League-Pack. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Jetzt siehst du da immer Oli Watkins und Ben White und Alisa. Also wenn ich darüber ein Video machen würde, wo ich viele von euch öffne, ziehen wir 50 Packs. Und drei davon sind wirklich krass. Und wir haben eine von diesen drei bekommen. Also diese 5-6% Chance auf so eine Karte. Der Mann kostet das Vierfache von Kehr. 1,4, 1,5 Millionen. Ich habe da tatsächlich Rodri-Team-of-the-Deer bei unserem MWP-Projekt damals schon mal gezogen. Also kenne ich mit ihm tatsächlich schon ein bisschen aus. Aber habe ihn nicht einmal auf meinem Main-Account gehabt. Kann ja noch werden. Hier seht ihr dann das Team. Samantha Kehr ist drin. Mit Terland, mit Estupinan und mit Nkunku. Die legen sich dadurch voll. Leider, leider, leider ist meine Abwehr mit Hanko und Oplak. Slowenien und Slowakei. Wären die jetzt zusammen fusioniert. Ja, zu einem Land. Dann hätte ich Full-Camp. Obwohl die Flaggen so ähnlich sind. Aber ansonsten haben wir alle auf der vollen Chemie. Moor kann ich dann irgendwann nochmal tauschen. Der hat zumindest einen sehr guten Dribbling-Wert mit Rodri. Dann werde ich wahrscheinlich Rodri in die IV stellen. Aber ihr seht, wir brauchen einfach unbedingt irgendeinen Icon-IV. Oder generell nochmal zwei bessere Icon-Karten. Deswegen, ich denke, nächste Folge gehen wir nochmal rein. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob wir das machen sollen mit dem Icon-Pick. Ich denke, das macht Sinn. Auch wenn es wirklich nochmal teuer ist und die leider nicht so gut sind. Aber wir müssen gambeln. Also heute, ultra viel Fortschritt mit Kehr und mit Rodri. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns natürlich wieder zur nächsten Folge am Wochenende. Und dann macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.